Grüß euch, ihr Pepp, Pepp, Pepper und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Diesmal habe ich ein Resource Pack Review mitgebracht und da möchte ich euch meine persönlichen Top 5 vorstellen, meine Top 5 UHC Texture Packs, wo ich sagen kann, ja, das sind eines der besten meiner Meinung nach und ja, ich hoffe euch gefällt's dann. Bis gleich. 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 sp- Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020